Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Crotonia und dies ist ein neuer König. Vizlav, der König von Novgorod, ein Titel, den Großkönig Branislav kürzlich erschaffen hat und sieht ja nicht aus wie ein stattlicher, standesgemäßer König, so wie man ihn sich vorstellt, zumindest in Märchenfilmen. Ja, erstaunlicherweise ist König Vizlav sogar der mächtigste König von allen dreien, die wir haben. Wir haben ja noch einen König von Litauen und von Dänemark mit seinen 6300 Leuten. Das hängt damit zusammen, dass er, ich glaube, fast alle Grafschaften hier selbst kontrolliert, zumindest ein Großteil. Ja, und das gibt ihm natürlich ordentlich Macht. Wir haben den neuen dänischen König, der übrigens auch ein Kotor ist. Das habe ich das letzte Mal gar nicht erwähnt, von göttlichem Blut. Vizlav natürlich auch. Und der dänische König, ja, der hat sich ja gerade so ein bisschen an die Macht geputscht, ist aber gar nicht so machtvoll. Mal schauen, wie lange er das hier halten kann und wie die Entwicklungen in Dänemark weitergehen. Und wir haben den litauischen König, der so schwach ist, dass er noch nicht mal zu den mächtigsten Basallen gehört im Reich. Ganz interessant. Und der hier auch gerade mit einem Bürgerkrieg zu kämpfen hat. Oder mit einem Bürgerkrieg, klingt immer so komisch, mit einem Aufstand der Adligen. Es ist ein Lehnskrieg, den er möglicherweise sogar verlieren wird. Und, ja, die Gegner haben 12.000 Männer, der Herzog von Letgalen zusammen mit dem Herzog von Westgotland, der ihm dort hilft. Ganz interessante Entwicklung. Wir hatten ja schon mal drei Könige, wenn ihr euch erinnert. Die Könige Dänemark, Schweden und Litauen. Schweden ist jetzt Teil, also Teil der Krone von Branislav, vom Großkönig. Da ist jetzt ein Aufgehort mit hinzugekommen. So, wir haben nur ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Ansonsten ist eigentlich alles soweit in Butter. Wir können hier, habe ich gesehen, noch einen guten Befehlshaber, einen Gast rekrutieren. Das sollten wir, denke ich, tun. Und außerdem sollten wir im Rat die Aufgabe hier verändern, der Ratsmarschellen auf Befehlshaber ausbilden. Die Zahl der Truppen ist jetzt nicht mehr ganz so entscheidend. Vielleicht jetzt ein Wort zum Ausbau des Landes. Ich werde mit Branislav weitestgehend darauf verzichten, überhaupt großartig zu investieren, weil einfach seine Verwaltungswert ist so schlecht, dass ich mir eben gerade im Zusammenhang mit seiner Unersättlichkeit und seiner Großzügigkeit einfach vorstellen kann, dass er alles Geld irgendwie anders verprasst. Wir werden also versuchen, das Geld anderweitig auszugeben. Ich werde es nicht horten. Aber ein paar Punkten, denke ich, ist ein Ausbau auch rollenspielerisch sinnvoll. Hier haben wir das ja schon gemacht mit dem Sommerpalast. Es gibt noch zwei Orte, wo mir das auch noch sinnvoll erscheint. Und zwar haben wir hier so eine Jagd. Wo haben wir das jetzt? Ich muss das mal finden. So Jagdschlösser, Jagdgründe, die wir entwickeln können. Hier haben wir das, genau. Jagdreviere. Das finde ich ganz passend. Da können wir hier das weiterentwickeln auf die Jagdtürme, weil das macht er ja gerne. Und hier in Lexand ist überhaupt noch gar nichts ausgebaut. Das ist, glaube ich, auch eine neue Domäne, die hier geschaffen wurde. Hier werden wir einfach auch die Jagdreviere noch dazu errichten. Das ist das Einzige, was ich mir für ihn vorstellen kann. Okay, soweit so gut. Ansonsten lassen wir einfach mal weiterlaufen. Vielleicht noch ein Hinweis. Im Moment sieht es innenpolitisch sehr stabil aus. Das hängt aber damit zusammen, dass die ganzen Vasallen, die das letzte Mal aufmüpfig waren, noch bis 1304 keine Fraktion beitreten dürfen. Das ist noch ein Jahr. Danach könnte es wieder ein bisschen rund gehen. Aber wir schauen mal. So, Ablass bekommen wir. Es gibt einen Bauernaufstand gegen den König von Novgorod. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das gefährlich werden kann für ihn. Nein. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Eine Dame mit Anspruch ist zu uns gekommen. Das interessiert aber unseren König nicht. Wir nehmen weitere 100 Gold. So, der Herzog von Guoladat wird angegriffen. Vom Graf von Moku. Das ist aber jenseits unseres Reiches. Ja, genau. Das hat, das ist intern, hat mit uns nichts zu tun. Wird uns gesagt, weil wir Nachbarn sind. Okay. Weiterer Ablass kommt rein. Ja. Wer hat den Krieg verloren? Dobrogost. Das ist auch. Wir kriegen jetzt häufiger Nachrichten, weil hier im Grenzgebiet natürlich viel los ist. Deswegen passieren da häufiger Kriege. Okay. Da oben ist der Krieg verloren gegangen. Wir haben ein bisschen Geld. Und das werden wir ausgeben. In üblicher Weise. In seiner großzügigen Art und Weise. Hier beschenkt er die Ratsmitglieder. Sowas ähnliches haben wir schon gemacht. Halt hier. Geschenk schicken. Das machen wir jetzt mal. Also ganz pauschal. Es gibt niemanden hier, den er nicht leiden kann. Ach so. Hier haben wir schon. Ist ja egal. Es geht hier gar nicht um die Meinungsverbesserung. Es geht einfach nur darum, Geld rauszuhauen. Stellen wir uns vor, das gibt es ja. Leider wird es mit dem nächsten großen DLC kommen. Aber ich stelle mir vor, dass er jetzt einen verschwenderischen Hofstaat führt und alle möglichen Festivitäten, luxuriöse Dinge irgendwie organisiert für den Rat. So in diese Richtung, so interpretiere ich jetzt die Ausgaben. Ich möchte einfach nicht, dass wir hier viel Geld horten. Das passt einfach nicht zu ihm. So. Was haben wir hier? Ein Vasall klärt einem anderen Reich den Krieg. Okay. Das ist tatsächlich mal wieder was, was Religionskrieg und das Herzogtum von Polatzk. Aha. 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 Weißruthenien, so wie es aussieht. Da greift ein Graf. Ein Graf möchte dort wachsen. Wenn ich das richtig interpretiere, ja tatsächlich. Okay. Naja. Wir wachsen sowieso unmerklich. Immer mal in alle möglichen Richtungen. Hier kommen so einzelne Grafschaften dazu. Das kriegt man teilweise gar nicht mit. Oh, jetzt ist aber was Wichtiges passiert. Jagosch ist gestorben. Der dänische König, der ja gerade das Königshaus errungen hat. Da müssen wir uns jetzt mal genau angucken, was jetzt dort passiert ist. Und wer jetzt König geworden ist? König Janosch. Das ist der älteste Sohn. Okay. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen hier ihm die richtige Kopfbedeckung geben. Das ist der gezackte Stirnreif nach wie vor. Was ist er für ein Typ? Er ist treuherzig, gefühllos und ein religiöser Eiferer. Und gleichzeitig ein erkenntnisreicher Denker. Ja gut, das ist seine Ausbildung. Klumpfüßig und natürlich ein Krutoi. Ja. Soweit, so gut. Königin Rainer, 38, steht an seiner Seite. Auch sie hat eine komische Krone. Auch die müssen wir noch mal verändern. Geben wir damit, dass wir es immer erkennen, dass das die Königspersonen sind, ihnen die gleichen Kronen. Tja, ich frage mich seit langem, ob es eigentlich noch, wie soll ich sagen, ob es für Branislav passt, dass wir diese alten Traditionen, dass bestimmte Könige Teil des Rats sind, ob die ihm eigentlich wichtig sind als Zyniker. Ja gut, das hat jetzt keine religiöse Bedeutung. Aber ich denke halt auch daran, dass er halt ein superschlechter Verwalter ist. Diplomatie, also auch diplomatisch im Umgang mit denen nicht besonders geschickt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er da gar keinen großen, unglaublichen Wert darauf liegt. Jetzt ist er vielleicht aber auch niemand, der jetzt hier großartig optimiert, aber vielleicht jemand, der zum Beispiel seine Freunde hineinbringt. Wir haben hier einen Baron, der ist gar nicht mal selbst Baron, sondern Mann von einer Baronin aus Neumarkt, der zum Beispiel, den könnte er zum Ratskanzler machen. Das könnte vielleicht die anderen etwas erzürnen, dass solche Leute hier befördert werden. Aber ich kann mir gut vorstellen, das passt eigentlich ganz gut. So kriegen wir den hier. Ne, der kann, glaube ich, gar nicht, weil der nicht unser direkter Vassal ist. Ah, schade, das geht ja gar nicht. Hm, das wäre schön gewesen, aber nein. Das ist nicht möglich, an den Hof einladen geht dementsprechend auch nicht. Okay, ja, wie entscheiden wir das nun, Leute? Wie entscheiden wir das nun? Oder er denkt gar nicht groß drüber nach und macht was anderes. Er nimmt ihn und gibt ihm diese Position, aber da können wir das vielleicht dann doch noch. Ja, passt auf, wir machen das so. So, der König kommt in den Rat, aber wir tauschen das ein bisschen. Also, Svetuslav wird sich selber wieder zum Ratskanzler machen. Ich glaube, so viel Einfluss hat er, dass er das durchsetzen kann. Neu zuweisen und dann wird dieser König eben, der neue dänische König wird dann hier unser, wo ist er denn jetzt hier? Ah, nee, warte mal, jetzt habe ich geguckt, Bildung, das war jetzt ein Fehler von mir. Aber zum Ratspräsiger werden wir ihn auch nicht machen können, ne? Egal, der wird dann einfach Ratspitzel, auch wenn er untalentiert ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen jetzt eine Konsequenz, eine Folge daraus, dass er nicht wirklich innenpolitisch versiert ist. So, ein Befehlshaber wurde nebenbei verbessert, hervorragend. Galicien, wo Linien wurde angegriffen, durch einen Bauernaufstand. Und der nächste Ablass trudelt rein. Kasimir hat eine Aufgabe abgebrochen. Warum? Was ist da los? Wo hatten wir ihn noch mal hingeschickt? Wundert mich jetzt gerade. Na gut, dann muss er eine neue Aufgabe bekommen. Vielleicht hat, das könnte natürlich sein, dass jemand vor Ort auch die Konvertierung vorziert hat. Und dementsprechend sich das dadurch erledigt hat. Das ist der wahrscheinlichste Fall. Okay, gehen wir mal gegen die Katholiken hier oben vor. Oder schicken ihn dorthin. Wobei, jetzt frage ich mich. Bei Bojida haben wir das... Warte mal, es wurde ein neuer Kriegerorden gegründet. König Wiesloff hat ihn gegründet. Die Getreuen von Perun. Wow, interessant. Das heißt, es gibt jetzt schon drei Kriegerorden. Der ist natürlich noch relativ klein. Ich komme aber auf meinen Gedanken mal zurück. Und der Gedanke war, dass er ja als Zyniker eigentlich keinen riesigen Wert auf das Thema Bekehrung legt. Vor ihm war es Bojida, der große Meister, der das natürlich weiter betrieben hat. Ich würde sagen, wir gehen mal weg davon. Wir ändern das einfach auf allgemeine religiöse Beziehungen. Und das war es schon. Der Typ hat da jetzt nicht so initiativ wie Bojida, würde ich sagen. Und dementsprechend kommt vom König selber kein Input. So, ein Cousin wurde er gefangen genommen. Das spielt aber jetzt auch keine größere Rolle. Und nun Trost in Worten. Meine Bekanntschaft, Kleinkönig Alf. Wer ist das denn? Alf von Jemtland. Ah, ja, alles klar. Das war, ihr erinnert euch noch an den Vater Nils. Gegen den hatte unser Vater Ansprüche erhoben. Weil das so ein zwielichtiger Charakter war. Ist aber sein Sohn nicht. Okay, also mein Bekanntschaft, Kleinkönig Alf. Ah, warte mal. Das ist ja lustig. Der Vater war schon ein Poet und jetzt auch noch der Sohn. Es kommt wieder ein Gedicht. Okay, es behandelt traurige Gefühle des Verlusts. Und Alf hat es öffentlich mir gewidmet. Einsame Gräber im Herbst. Welch grausamer Herr der Zufall doch ist. Ein so schöner Tanz, den alle Welt nun vermisst. Wenn jemand Großes so tief fällt, sind des Schicksals Kapriolen nicht das groteskeste auf der Welt. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerät ist zu drängen geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Tja, wie reagieren wir darauf? Also, wir haben zwar ein bestimmtes Verständnis von der Welt durch unsere Ausbildung, Bildung, durch unsere Erziehung, die wir erhalten. Aber ich glaube, Poesie geht ein Stück weit zu weit für Großkönig Branislav. So würde ich das einschätzen. Insofern reagiere ich mal einfach mit Pfft, Gefasel. Das passt am besten. Okay, so. Das Ganze gilt als Demütigung, interessanterweise. Ist das ein Kriegsgrund? Ich weiß nicht. Bin da skeptisch. Kriegeorden wurde angeworben durch Herzog Aaron. Was hat der denn für einen Krieg jetzt am Start? Verteidigt gegen Oberbürgermeister Olavi. Okay, ein Tyranneikrieg. Die wollen, dass er abdankt. Und, aha, das ist hier ein, warte mal, der Oberbürgermeister Olavi, das ist ein Adamid. Die Adamiden sind aber wirklich renitent. Es gibt nur noch eine adamitische Region und selbst die ist noch aufständisch. Die Jagdhütten wurden gebaut, hervorragend. Okay, in Losatia gibt es einen Bauernaufstand, aber das interessiert uns ebenso nicht so sehr. Und wir sind im Übrigen jetzt im Jahr 1304. Die können heiraten. Die werden sich ja automatisch heiraten, oder? Unsere Schwester. Die hatten wir verlobt, Martina, mit unserem Schwager. Was war der noch vor Bedeutung? Ach so, das war Herzogin Lydia von Großpolen. Genau. Hatte die nicht unser Vater sogar zu Herzogin gemacht? Oder nie, das war die Freundin. Irgendwie so eine Geschichte war es da. Und in dem Zuge gab es die Verlobung. Ja, wir werden uns da nicht gegenstellen, würde ich sagen. Die Heirat ist auch erfolgt. Okay. So, es gibt... Oh, wir haben den Wechsel entdeckt. Das können wir uns anschauen. Der Wechsel... Ach, das hatten wir automatisch entdeckt. Wir sind ja auf Hermelin-Mäntel gegangen. Erhöht einfach den Entwicklungszuwachs um 10%. So. Da gibt es einen Bauernaufstand mal wieder. Und das wäre es. Tja, jetzt fehlen uns irgendwo die Bereiche, um Geld auszugeben. Das ist auch ein bisschen tragisch. Unser Nachbar wird angegriffen. Mal wieder Guladat. Mal wieder etwas, was uns nicht so sehr interessiert. Ritter wurde Schwertmeister. Sehr schön. Ja, Leute. Ich bleibe mal einfach dabei, dass er seine teure Hofhaltung weiterführt. Und das repräsentiere ich dadurch, dass wir einfach das Geld über Geschenke raushauen. Die keinen zusätzlichen Effekt haben. Zumindest nicht bei denen, die wir schon beschenkt haben. Aber, ja, das kostet halt alles. So. Dann, uh, der Winterpalast in Melikrad ist gebaut worden. Das ist doch ein bemerkenswerter, bemerkenswertes Ereignis. Können wir uns vielleicht nochmal angucken. Weiter können wir das auch nicht ausbauen. Okay, Prestige steigt. Anspannungsverlust ist noch besser. Wobei wir mit Anspannung ja kaum Probleme haben. Gegen unseren Vasallen gibt es einen Bauernaufstand. Und das Geld kommt weiter rein. Vor allem über die Ablässe. Religionskrieg um das Herzogtum Böhmen. Gräfin Kunigunde hat gewonnen. Aber auch, warte mal. Hat, ist das unsere? Sie ist auf jeden Fall eine Krutoi. Was ist da passiert? Jenseits unserer Grenzen. Okay. Aber sie ist nur Gräfin. Vielleicht wurde, ja, vielleicht wurde sie angegriffen. Das ist ja ganz interessant. Was ist denn das da? Sie ist Teil von, ach, warte mal. Nein, was erzähle ich dort? Oh mein Gott. Das ist unser Gebiet. Und es ist tatsächlich, es war eine Expansion. Das ist Quatsch, was ich erzähle. Das Herzogtum Böhmen, zumindest Teile davon, sind jetzt in unsere Hände gekommen. Ohne, dass wir einen Finger gekrumm gemacht haben. Mal wieder. Hier, der Herzog von Niederschlesien, vermutlich mit der Gräfin gemeinsam. Die sind hier expansiv geworden. Jaja, das ist genau das, was ich meinte. Unser Reich wächst, ohne dass wir das so halb mitbekommen. So. Ihr gläubiger Diener der Höchsten, macht ihr mehr unser Orden. Mit Namen getreu von Perun wächst, desto mehr Land brauchen wir. Ja, okay. Der Großmeister meldet sich dieses Ordens. Aber jetzt sind wir mal zyniker schlechthin. Die finden wir total lächerlich, diese Person. Branislav zumindest. Deswegen werden wir das nicht gewähren, in diesem Fall. Okay. So, was mich jetzt mal interessiert. Gut, also die ganzen Versailles, die könnten Fraktionen bilden, tun sie aber offenbar nicht. Das sind alles nur Einzelregionen. Sie scheinen ganz befriedet zu sein. Oh, warte mal, den habe ich hier. Da muss ich auch nochmal einen neuen Pin setzen, dass wir da den Überblick behalten. Halt, das war falsch. Hier. Selbst ran hält. Na gut, ist bei minus 11 diese renitente Person. Ansonsten, ihr seht es, bei den Mächtigen sieht es ganz gut aus. Wir können hier nochmal bei den Vasallen schauen. Das ist nur eine Gräfin. Ein Baron. Hm. Also, offenbar erfreut er sich, ohne dass er groß was getan hat, vermehrt einer Beliebtheit. Nun gut. Je länger Zeit vergeht, umso mehr gewöhnen sich die Leute ja auch an einen neuen König. Und jetzt ist er schon 26 und regiert einige Jahre. Da ist es schon nachvollziehbar. Ein angehender Unruhestifter. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass mein Sohn und Erbe Andrei viel Schabernack treibt, doch sein Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer. Aha. Rauf lustig. Okay. Könnte sein, dass er von anderem Kabeliebär sein wird. Ganz interessant. Da wird einem nie langweilig. Bei ihm. Spannend, wie er sich weiterentwickeln wird. So, wir werden eingeladen von König Witzler von Novgorod. Na, sehr schön. Zu einem königlichen Festmahl. Es wird mir ein Vergnügen sein. Wir sind dabei. Wir werden herzlich begrüßt. So, was ist hier? Nachbar wird angegriffen. Serbien. Von Herzog Boleslav. Der ist aber nun nicht Teil unseres Reiches. Das hat nichts mit uns zu tun. Jedem war klar, dass Herzog Tomasz zu viel getrunken hatte. Doch er wollte uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Der Herzog von Smolod. Schon das Aufstehen war zu viel für ihn. Und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem, erbrochenem bedeckt. Ernsthaft? Okay, wie reagieren wir darauf? Ähm. Wollen wir ihn beschimpfen oder ihn auf eine gewisse Art und Weise loben? Sättlich großzügig, naja. Beides ist möglich. Ich würde sagen, das würfle ich mal aus. So, wo habe ich meinen Würfelbecher hier? Zwischenzeitlich wieder weggeräumt. Da gucken wir mal. Wie er reagiert und einswürflich. Ihr solltet euch schämen, Tomasz. Okay, alles klar. Also das, sowas ist einfach nur widerlich für uns. Gierig. Obwohl nach wie vor ständig neues Essen gereicht wird, haben die meisten Gäste schon aufgegeben und genießen einfach nur die Unterhaltung. Schön zu sehen, dass König Wieslaw aus einem anderen Holz geschnitzt ist. Und ich, er und ich sind erst fertig, wenn nichts mehr zu essen da ist. Hervorragend. Was ist denn das hier im Punkt? Ach, schade. Da stimmt irgendwas bei der Versetzung nicht. Ich weiß nicht, was das Ganze heißen soll. Gemeinsam könnten wir ein ganzes Pferd verspeisen. Oder vielleicht wird das so eine Art Fresswettkampf. Also das scheint jetzt nur so eine Art Freundschaftsbekundung zu sein. Aber das scheint irgendwie noch mehr zu sein. Ich würde sagen, weil wir unersättlich sind. Ich glaube, das ist eine Unersättlichkeitsoption. Es gibt die 20% Wahrscheinlichkeit für Verwundet. Was auch immer wir jetzt tun, aber es scheint so ein bisschen gefährlich zu sein, ist es bestimmt so eine Art Wettessen. Ich mache das einfach mal. Es scheint mir jetzt passend zu sein. So stelle ich es mir vor. Wir eifern jetzt nach im Wettessen. Miteinander. So, aber es scheint nichts passiert zu sein. Wir sind zumindest nicht verwundet worden. Okay, wir kommen zurück nach Hause. Lebt wohl, mein Mentor. Anspannung geht wieder runter. Hervorragend. Und wir sind dabei, wir können einen neuen Schwerpunkt wählen. Und ja, ich finde, geistige Robustheit passt jetzt auch ganz gut. Das schalten wir mal frei. So, da haben wir eine nächste Fraktion. Ein bemerkenswerter Gast. Kampferfahrung. Das ist immer gut. Ich denke, der wird rekrutiert. Aber bei den Fraktionen vermute ich mal, naja, polnisch-katholische Populisten, auch das ist keine wirkliche Gefahr. Eine neue Fraktion, diesmal tatsächlich mit einer Person. Warte mal, was ist hier los? Herzogin Dorota wechselt von Polavisch zu Schwedisch. Die haben wir, glaube ich, na, die spielte keine große Rolle. Dorota von Norland. Okay, alles klar. Und eine Fraktion wurde geschaffen. Die will Gräfin Jadwiga von Tschütenho auf den schwedischen Thron bringen. Unser Cousin hat die geschaffen. Hm. Naja, mal gucken, ob die Stärke entwickeln kann. Im Moment, denke ich, werden wir dieser Fraktion gar nicht gewahr. So stelle ich mir das vor. So, ein Ritter wurde Schwertmeister. Hervorragend. Und, aber ich frage mich übrigens bei diesen beiden Provinzen, die wir zuletzt ausgebaut haben, ob es da noch weiter geht. Ja, da geht es noch weiter. Der nächste Schritt sind Jagdstallungen. Erfolgreiche Jäger brauchen immer schnelle, zähe und furchtlose Rösser. Die Jagdstallungen sorgen für besondere Rassen, die auch mit langen Hatzen fertig werden. Und das klingt gut. Das werden wir, glaube ich, ausbauen. Ebenso in Lexand gehen wir hier auf die nächste Stufe. Da haben wir dann ein bisschen was zumindest, wo wir Geld dafür ausgeben können. So. Hertrithum Mösia, das ist wieder woanders. Das interessiert uns wenig. Der nächste Ritter wurde verbessert. Die Marshalen macht ihre Sache aber auch wirklich sehr, sehr gut. Und Wieslav ist gestorben. Oh, an den Folgen seiner Fettleibigkeit. Da haben wir doch gerade noch mit ihm ein Wettessen gemacht. Und nun ist er von uns gegangen. Und wer ist nun der König dort? König Kamil. Sein ältester Sohn mit Sicherheit, 37. Der ist schon verwundet. Flaggeland. Der macht selbst Geißelung. Vielleicht hat er sich auch selbst verwundet. Wer weiß das schon. Zufrieden, maßvoll und mitfühlend. Oho. Auch ein interessanter Charakter. Ja. Und wie gesagt, mächtig sind sie. Diese novgorodischen Könige. Die Frage ist, kommt der jetzt zu uns? So richtig zeichnet er sich ja durch nichts aus. Aber es gibt auch niemanden, der sich ansonsten aufdrängt, meines Erachtens, in den Rat zu kommen. Wir haben keine besondere Bindung zu irgendwelchen Figuren im Reich. Braneslav versteht sich mit allen so ein bisschen. Ich würde mal sagen, wir machen mal Folgendes. Wir werden König Janusz, den König von Dänemark, den werden wir jetzt zum Ratsverwalter machen. Und zum Ratsspitzel werden wir dafür diesen Kamil machen. So. Da hat er ungefähr eine Eignung. Wir halten uns immer an die Könige. Das ist sozusagen der simple Leitsprung von Braneslav. Folgend aus der ersten Rebellion. Die Könige, denen können wir uns sicher sein. Und insofern will er sich auch mit diesen Königen umgeben im Rat. Also es hat also jetzt gar keinen traditionellen Ursprung mehr, sondern so ein rein Gewohnheitsding und Erfahrungsding für Braneslav. Okay, damit werden wir erstmal diese Folge beenden. Wir sind im Jahr 1306 und sehen uns wieder in der nächsten. Bis dahin macht's gut, euer Steinweilen.